Hallo meine lieben Leute und herzlich Willkommen zurück bei The Division Beta. Wir laschen mal durch die Stadt, mal gucken was wir hier so finden. Würde ich sagen. Nürbeneinsätze, Blaupausen, wo wäre ein Nebensatz für Sie? Für Winner? Ach hier hinten, na tatsache. Wir dürfen einsammeln, Plänebländer. Ok, sehr schön. Pläne kann man immer gebrauchen. Hier drinnen? Irgendwie nichts, ne? Ne. Das waren das die Pläne. Ja. Wenn das ein Witz sein soll, ist ja nicht lustig. Moment, dazu haben sie keinen Grund. Ich finde es cool, wenn du noch die Autos hier bewegen könntest. Also wenn du da einsteigen könntest einfach mal, das wäre auch lustig. Ich würde einfach weglaufen. Ich hätte wieder mit woanders hinzielen. Noch mehr Waffen. Zielen sie nicht auf mich. danke dass wir uns hoffnung geben was für eine hoffnung kriegt keine hoffnung hier vorne sind doch wieder einsätze dann machen wir die doch einfach mal elektronik teile holen hier vorne zum ausbau der base glaube ich ja da hinten sind knippe gegner haben die schon gesehen nein vom ersten habe ich vom rechten habe ich einen kopf drin start verdammt gibt es nicht mehr ach doch hier wird es noch ein elektronik teilen ach das ist das doch oder den kunden ist der kunden und den kunden auch ich glaube das wird elektro da vorne ist elektronik teile das war nur wieder einsatzbericht ach so da irgendwo hier vorne muss das sein hier müssen wir rein ich bin in der raubachung mit der krisse halt kein zuge ach ja mal doch die kiste öffnen das bringt dich nicht um was wir früher in unserem restaurant alles weg geworfen haben was uschi willst du was haben wow was ist denn los ich kann die kisten nicht mehr öffnen ich glaube die kann immer nur einer looten kann das sein ja hat da elektronik irgendwas dazu gekriegt ja ja siehste ja ja ist er noch hier einmal elektronik nochmal gefunden ja das ist elektronik ja dann looten dann macht er das wirklich für die komplette team ne so auf der anderen seite wollen wir einsetzen gehen wir aber wieder auf der anderen seite rüber oder was das können wir machen ich bin zwar noch im jetzhaus mit ihm wir wollen mal gucken wie wir da rüber kommen schnell auf die map gucken einsatz ich hab einsatz festgelegt die richtung ja aus der wo wir gerade kamen ok du musst da irgendwo hier dein wasser auffüllen können oder was willst du denn mit wasser ja wie eben der vettler heini der wollte wasser haben ah hier ist irgendwie der knitte echt du lass mich noch mal ne schrotze tun ja die hab ich auch gerade ne finger so beseitig sie dann zieh dich dazu da wirklich viel schaden finde ich mach jetzt nicht ich glaub da tisch lieber wieder die mp ausrüsten so da vorne sind sie ja ich hab auch noch ne ak dabei die ak die hat ein hohes dps komm doch mal anstatt der schrotze mal die ak mitnehmen oh da ist ein ich hab da ein bisschen was auferschreckt kein präsenz entdeckt der ist tot Mann tot und nicht raus Mann tot oh komm raus da du kleine pussy ich schaff dir nichts Ha ha, im Fressen. Reicht noch Schlüsse durchsuchen? Was hab ich denn jetzt aufgesucht? Aufgesammelt. Bist du dumm? Uh. Ist gut. Ja, fällt schon. Tut schon alles einsammeln. Hier ist halt. Na, was haben wir denn da Schönes? Hier fällt Schlüssel von... Aua, Geisere. Gehen wir mal. Nebenan, ne? Ja. Und ich nicht mal selber hält. Zivilisten sind sicher! Na komm raus! Arschloch, komm! Geh rein! Da war ne Kiste. Uuuuh, noch ein Sturmgewehr da drinne. Ich danke, Gott. Das hab ich doch schon. Doppelläufige Schrotze, okay. Na, die den Gossi hat. Hat er Gossi gefunden? Ich wüsste. SMG9. Oh. Umgebaut. Sehr schön. Warte mal. Hier ist da noch ne Tür. Hier kann ich ja... Ich würde die Schrotze reinziehen. Äh. Aber hier liegt natürlich ja nix. Ja, hier ist ne Stunde. Schade. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein Kampfchen da näher. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Kommen Sie, was soll das, Mann? Ach, der Kosti ist noch in dem Raum, oder? Ja, ich hab noch schnell das SMG-Statz, die Schrotz war angemessen. Also der SMG9. Ach, das ist doch die Kleene, ne? Kann das sein? Oh, gute Frage. Die SMG. Ach, SMG9 hab ich auch eine, ja. Ungebaut. Aber die hab ich noch gar nicht benutzt. Das ist die, das Mini-Teil, genau. Ja. Wo bist du denn schon am Schießen? Äh, der Kosti rutscht bei mir übern Boden. Nö, eigentlich nirgends. Haha, du bist an der Hocke und rutscht übern Boden. Hahaha. Na geil. Und bei mir längst nix. Ja, ist wahrscheinlich wieder irgendein Bug. Naja. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Weißer, da wird dann so eine radioaktive Zone in der Nähe, ne? Kann man da überhaupt jetzt hin? Ja, ja. Hier gerade zu und dann vorne wieder links, links. Ja. Ist die allein da unten? Ich bin nicht die Gefahr. Ich glaub, hier sind wir ganz am Anfang auch vorbei gekommen, ne? Das kann sein, ja. Weil ich mein, der Truck und so, das kommt mir doch ziemlich bekannt auf am Anfang. Ja, wir fahren rüber. Ja. Ja. Da geradezu sind sie. Ey, da gibt auch noch ne Piste. Ah, sehr schön. Ohne. M1A Classic hab ich gerade gefunden. Ach, das ist das Sniper, ja? Ich dachte, das ist das Sniper, ja? Sehr schön. Angepasster Rucksack. Nehmen wir. Ohne. Ist das als Stufe 7 verfügbar. Ist das so ein Scharfschütz? Na? Ist das wirklich ein Scharfschütz? Ja, ok. Ja. Das rüsten wir mal aus. Das mag ich doch. Ist auch lustig. Man hat zwar ein Visier, aber mit dem kann man nicht wirklich, äh, durch das Iron, äh, durch das, ähm, Visier gucken. Oh, 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 oh. Da kommt was geflogen. Was geht denn? Ohne. Er hält verdammt so aus. Ist tot. Wo bist du? Weiß einer wofür diese kleine Batterie eigentlich dasteht? Bei den Rüstungsteilen manchmal. Ne, das ist Elektronik. Gell, Elektronik. Äh, 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 äh. Talente. Derzeit nicht verfügbar. Schade. Wäre cool, wenn sie wenigstens ein paar Talente auch in der Beta reingemacht hätten, die wir benutzen können. Hab hier wieder ne Küste gefunden. Virusforschung. Okay. Und dann hier weiter vorne. Du hast nur ne Küste, ja? Na, wer sind denn das hier? Die hab ich schon angequatscht. Der liegt da hinten. Davor hat das Zeugs. Nee. Nö, für mich nicht. Dann habt ihr das bestimmt auch schon aufgenommen. Aber es zählt nur wieder für ihn. Das kann sein. Telefonaufzeichnung entdeckt. Okay. Kann erkennen. Warnung. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Warnung. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Okay. Hier müssen wir auch noch uns beeilen drinnen, ne? Ich glaube da müssen eine Klarschauer hoch. Ja. Guck mal hier ist noch ne Tür. Da können wir reingekommen. Okay. Hier ist ne Küste. Oh ne blaue M9. Von der Termversion. Okay. Ey hier ist noch ein Rucksack. Warnung. Ich weiß nicht was du kommst. Guck mal in die Küste den. Müsli-Riege. Ich krieg hier Mineralwasser mit Granaten und so'n Müll. Was haben wir denn hier schön aus? Dann darf ich dir dann noch einen Rucksack und den Küchern könnte runterkommen. Oh. Den war er schon. Geil. Cool. Ich hab ne blaue Piste liegt. Oi. Mineralwasser. Müsli-Riege. Müsli-Riege. Hat jemand runter. Ist nur kontaminiert. Hehehe. Da geht's nicht rein. Können wir weiter hoch. Hier könnte es oben irgendwo liegen. Ja. Alarm. Anterminationsscan eingeleitet. Oh. Hier sind irgendwelche Stiefel. Die war mit. Ah ja. Jacke. Die war mit. Verstellbare Gäste. Ich weiß gar nicht wie. Dann können wir eigentlich hier in dem Gebiet bleiben. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird man umfallen. Oh. Ne Wechselmütze gefunden. In dem Trick. Oh ne. Ne täänschnitzel gefunden. Wier verstanden. Ne, ne. 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 Müsli-Ringe, sehr schön. Ich hoffe, wir haben schon mal. Welcher Etage bist du auf der? Geh ich gleich auf der nächste. Hier oben ist was. Erfüllt. Waren die Händen? Aufhören! Munition! Na endlich! Ja geil. Ich glaub das ward schon, ne? Ich glaub wir müssten jetzt hier durch sein. Kann sein, ja. Jetzt seh ich hier nix mehr. Na, ich geh erstmal wieder raus. Raus hier, schnell, schnell, schnell! Raus hier, schnell, schnell! Gute Frage, nächste Frage. Ich hab nämlich gerade keine Ahnung. GER SONTHAID! 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 Ich will erstmal schnell meine andere Piste anlegen hier. Ja, viel mehr. Ich bin noch die Treppe runtergegangen, Juli. Ich bin eben im Erdbeschluss. Oder? Ja, eigentlich bin ich im Erdbeschluss. RPK 74 Classic. Okay. Okay. OHH, ne. GER SONTHAID! in der Luft hat die entleggen. Nein! 5-6 nachts schon, machen wir mal schön. So, und an der Stelle würde ich sagen, machen wir dann auch hier Schluss und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!